Am nächsten Abend ist also der Papa Moll in der Küche gestanden. Die ganze Familie hat gespannt aufs Essen gewartet. Papi, bist du noch nicht fertig mit dem Kochen? Moll, Moll, bin gerade so weit. Du mit dem Fritz zusammen fängst du den Tisch zu decken. Ja, sofort. Fritz, der Papi hat gesagt, du musst den Tisch decken. Dir darf man ja wahrscheinlich beim Kochen nicht helfen. Nein, Mami. Heute hast du auch mal nichts in der Küche verloren. Schau die Fernsehe oder lese ein Buch oder mach sonst irgendetwas. Heute sollst du es mal schön haben und den Abend geniessen. Da sage ich natürlich nicht nein. Und nimm den Hund mit, er streicht mir immer um die Beine rum. Komm, Chips, wir hauen es. Wir sind da noch im Weg. Mami? Ja, was ist?